Technical Consultant? Was das eigentlich ist, möchtest du wissen? Gute Frage. Lass mich dir hierfür erzählen, warum ich das eigentlich mache. Ich hatte schon als Kind Interesse für knifflige Themen. Meiner Fantasie auf der Suche nach Lösungen waren keine Grenzen gesetzt und selbstverständlich musste ich alle von meinen Visionen und Utopien überzeugen. Überhaupt hat mich Zukunft und Technik schon immer fasziniert. Den Multi-Touchscreen zum Beispiel finde ich super. Ein augenscheinlich so simples Tool, dass 2007 die Welt revolutioniert hat. Heute möchte ich revolutionieren. Zugegeben, die notwendige analytische Denkweise kam nicht von ganz alleine. Es hat schon ein gutes Stück Lernen gebraucht, indem ich auch das tolle Gefühl kennengelernt habe, Lösungen für scheinbar unlösbare Probleme zu finden. Vom Reisefieber, das mich gepackt hat, gar nicht erst zu sprechen. Neue Kulturen, neue Länder, Menschen und Sprachen. Und genau diese Erfahrungen und Interessen kann ich heute als Technical Consultant in meinen Berufsalltag bei Microsoft einfließen lassen. Ich bin am Puls der Zeit und kann digitale Transformationen mitgestalten. Ich arbeite mit der modernsten IT-Ausstattung. Ich berate und helfe Entscheidungsträgern meiner Kunden, Entscheidungen zu treffen und unterstütze sie dabei, Teil der digitalen Visionen von morgen zu werden. Dank Modern Workplace und Kunden in verschiedensten Ländern sehe ich viel von der Welt, kann eigenverantwortlich meine Zeit einteilen und von überall arbeiten. In einem internationalen und vielfältigen Team, Studierte, ausgebildete Quereinsteiger, einfach Leute, die lieben, was sie tun, arbeite ich interdisziplinär und kann von den motiviertesten Experten der Branche lernen. Zum Glück habe ich im Englischunterricht aufgepasst. Ich kann meine Kenntnisse in Cloud Computing und Sicherheitsthemen einbringen, über innovativste und modernste Technologien lernen und mit meinen Kunden darüber sprechen und diskutieren. Das Beste dabei, Microsoft sorgt dafür, dass ich mich beruflich wie privat frei entfalten kann. Ein schier endloses Weiterbildungsangebot in einem lernfreudigen Umfeld ermöglicht es mir, meine Kompetenzen auszubauen. Und hey, Microsoft bietet einfach ein attraktives Gesamtpaket mit allem drum und dran. Aufstiegschancen sind gegeben und mit Microsofts Family Services ist es tatsächlich möglich, Familie und Beruf zu vereinbaren. Ich bin gerne Technical Consultant bei Microsoft, denn hier kann ich einfach ich sein und du kannst du sein. Also wenn das auch nach was für dich klingt, zögere nicht und komm zu uns und werde Technical Consultant in Secure Infrastructure.